An der Arche um Acht, 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 an der Arche um Acht. Die Domstufen-Festspiele gibt es nur für Erwachsene? Falsch. Unser Kinderstück an der Arche um Acht soll Kinder zum Lachen bringen, aber auch zum Nachdenken anregen. Gott hat nur einen kleinen Nachteil. Und der wäre? Na ja, man sieht ihn nicht. Drei Pinguine bekommen nur zwei Bordkarten für die vor der Sintflut Rettung bringende Arche. Was nun? In der Not beschließen die Freunde, einen von ihnen auf das Schiff zu schmuggeln. Dabei müssen sie so einiges auf sich nehmen. Wenn man nicht mehr weiter weiß, schließt man die Augen. Regisseur Philipp J. Neumann hat für das Stück gleich drei Spielorte ausgewählt. Die Stufen, den Erfurter Dom und das Westportal. Die im Mittelpunkt stehende Frage nach der Existenz von Gott wird für Kinder spielerisch leicht verpackt und auf lustige Weise hinterfragt. Die Domstufen-Festspiele für Kinder sind ein unterhaltsam, tiefgründiges Erlebnis für die ganze Familie. So, let's catch.